So meine lieben Welslinge, hier ist wieder euer Aqua Wels. Ich weiß, wir hatten jetzt mal wieder Pause, aber die privaten Schicksale hören anscheinend nicht auf. Wir wissen es nicht. Wir haben anscheinend gerade keinen guten Stern über uns. So wie ihr es jetzt hier schlechthin erkennen könnt, sind hier unsere Lieblinge. Die L046. Ja, und das sind jetzt schon wieder die kleinen Nachkommen. Ich gucke den mal an, wie süß die sind. Na Kamera, komm, bleib da, bleib da. Bleib da, wir gehen mal ein bisschen zurück. Jetzt gibt es ein bisschen mehr. Ich wollte euch eigentlich zwei ganz besondere zeigen. Und zwar, ich weiß nicht warum oder an was es liegt, aber die zwei haben so eine dermaßen bläuliche Färbung an der Flosse oben. Also Wahnsinn, habe ich wirklich noch nie erlebt. Die hätte ich euch jetzt eigentlich gerne zeigen wollen. Aber, tja, hier haben wir auch. Hier wird es nicht mehr um. Vielleicht kann ich dir euch das zeigen. Moment, bisschen unscharf, ich weiß. Schau 2. Wunderbar. Das ist ein 136er, aber ganz hell. Und guckt euch mal seine Flossen an. Davon sind es vier Stück, glaube ich, geworden. Ich habe mich jetzt mal extra gesetzt, weil es ist absolut nicht typisch. Der 136er ist ja dunkel. Und gepunktet, da kommt er zu mit, da habt ihr das blaue gesehen, habt ihr das blaue gesehen? Ah, jetzt haben wir ein bisschen was verhaschen können. Ja, und von den 136er habe ich eben auch vier Stück die sind. Ganz hell, also so hell, wie es ihr jetzt hier sitzt, noch heller. Ich weiß, wir kommen jetzt hier auf dem Video gar nicht so rum, so hell wie sie sind. Ich weiß auch nicht warum. Na, kommt noch mal was, kommt noch mal. Wir machen noch mal kurz Licht aus, ein bisschen. Dabei können wir uns ja ein bisschen unterhalten. Oberhalb 6er schon, ich versuche mal den bisschen an zum Lichtglieder, oder wie man es sagen möchte. Da, guckt euch das an. 6er dieses blaue. Boah, guckt euch das an. Na, komm, bitte, bitte, bitte. Ihr müsst es euch jetzt vorstellen, so wie es ihr jetzt hier seht, da kommt der nächste und guckt euch das mal an. Oh, guckt euch das mal an. Und seht ihr die Zeichnung an der Flosse, gerade eben, also gigantisch. Ihr müsst es euch ungefähr so vorstellen. Das blaue, was ihr hier sehen, tut es, ja. Das ist doppelt so stark. Also, wahnsinnig. Da, guckt es euch an, guckt es euch an, guckt es euch an. Ja, wie geil. Ich freue mich nur, dass ich euch den Moment teilen kann. Und habt ihr die Musterung gesehen, da kommt der 136er, auch ganz hell. Da kommt ja mal seine Musterung an, an der Flosse. Ah, der zeigt sich ja gerne. Oh, guckt euch das mal an. Also, ich weiß nicht, was da passiert. Da auch Punkte und so gezackt sinkt es. Also, das sieht gigantisch aus. Das habe ich in meiner ganzen Laufbahn noch nie gehabt. Das ist das erste Mal. Die werde ich auch selber großziehen, definitiv. Da guckt euch das mal an. Wahnsinn. Und ihr müsst euch vorstellen, dass es doppelt so stark, doppelt so stark, wie ihr jetzt hier sehen könnt. Boah, guckt euch das an. Boah, ist der schön. Ja, Wahnsinn. Ist das ein schöner. Ich habe die ja so lieb, die 46er. Da kommt der andere. Ich habe die ja so lieb, die 46er. Und die hier, die sind ja ganz was Besonderes. Das ist ja... Na, jetzt halte ich nicht ruhig. Ich habe es doch gerade schöner gehabt. Da guckt sich das an. Also, ja, brauchst du keine Angst. Alles gut. Wir tun dir nichts. Wir schauen dich nur an. Die Kommitee möchte dich ja auch sehen. Ja, genau. Das ist toll, dass du das rausstellst, die Flosse. Wunderbar. Also, hier sind ganz viele. Da kommt noch ein kleinerer. Wie ihr es erkennen könnt. Uh, da kommt der andere. Da kommt es mal. Hinten an der Flosse Punkte. Sieht ihr das? Da ist er gepunktet. Oben hier dieser, dieser Zacken. Also, da guckt es euch an. Oh, ist das wunderschön. Ist das ein schönes Tier. Also, schreibt es mal in den Kommentar rein. Was sagt es denn ihr dazu? Was sagt es denn ihr dazu? Wie gefallen sie euch? Da guckt es euch an. Habt ihr es gesehen? Oh. Wenn ich das Licht ein bisschen hinkriege, dass ihr das besser sitzt. Sogar am Kopf ein bisschen blau. Sickt ihr das? Na, jetzt ist es am schnappulieren. Ja, na, 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 na. Lecker, lecker. Ja, fein. Ja, war es gerade Fütterung. Da guckt es gerade. Wunderschön. Also, Wahnsinn. Ich weiß nicht, was das ausgelöst hat. Ich bin natürlich gespannt, ob es so bleibt. Ich halte euch weiterhin auch auf dem Laufenden. Also, die bleiben definitiv hier, weil sowas hatte ich noch nie. Noch überhaupt nie. Das ist jetzt das erste Mal, dass da sowas bei rumkommt. Und da bin ich natürlich gespannt, ob das so bleibt, wenn die groß sind. Da ist eben noch hier hinten einer, aber da versteckt sich zu sehr. Der ist hier am anderen Unterschlupf. Aber den kriege ich nicht ran. Wir können mal hier noch ein bisschen verweilen. Aber ich wollte euch da jetzt unbedingt teilhaben lassen. Wollte mich auch noch mal recht herzlich bei euch bedanken. Für eure Unterstützung, für euren Support. Trotz dass mal wieder, ich weiß nicht, wie lange ich wieder Pause gehabt habe, aber ich war auch nicht da. Und, ähm, ja. Trotzdem sahen die, na, lässt du den in Ruhe? Trotzdem sahen die Abonnenten wieder weiterhin gestiegen. Da noch mal ein ganz liebes Dank. Da guckt es an. Boah, ich komme gar nicht zum Reden, Mensch, guckt es so an. Die sind so nett. Ja, da eben noch mal ein Dankeschön an euch. Ihr seid es wirklich spitz. Also ich denke mal, viele YouTuber können sich so eine Komitee sich wünschen, wie ihr es seid, ihr lieben Welslinge. Und da geht von ganzem Herzen an euch ein Lob raus. Und ich sage noch mal Dankeschön in dem Sinne. Vielen Dank. Und ich hoffe, es wird, ich hoffe, ihr bleibt es weiterhin so. Ich werde euch natürlich jetzt wieder Videos geben. und wer wieder aufnehmen. Und dann kriegt es ja auch wieder vom Aquareis die Unterhaltung. Da guckt es euch an. Ach, ist der schön. Mei, 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 mei. Aber der eine eben, der jetzt hier nicht rumkommt, der ist, da kommt der Nächste. Also der ist richtig gigantisch. Der ist also sowas von blau. Die sind alle so blau. Also das ist Wahnsinn. Da guckt es ihn an. Und der, müsst ihr euch vorstellen, der ist ganz hell. Der 136, der ist ja normalerweise ganz dunkel. Der ist richtig hell wie so Lachsfarben. Da guckt es euch den Mann wunderschön, wie er sich zeigt. Ja, du bist ja ein ganz toller. Ja, fein. So, jetzt haben wir die Bühne offen. Der Nächste bitte. Wer kommt jetzt? Na, wer möchte? Wer traut sich? Kommt heran, kommt heran. Komm, zeigt es euch. Komm, Beleuchtung steht. Zeigt es euch. Jetzt sind sie alle drumherum. Keiner traut sich. Keiner kommt. Na ja, auf jeden Fall. In dem Sinne, ihr lieben Welslinge. Es kommen wieder Videos. Ich unterhalte euch wieder. Seid es mir nicht böse. Danke nochmal für eure liebe Unterstützung. Und wenn auch ein neuer oder jetzt auch jemand anders, den das Filmchen hier sieht und meint, okay, da abonniere ich. Denkt dran, Support ist kein Mord. Und ich freue mich. Für euch ist es kostenlos. Es kostet nur 2-3 Sekunden Zeit, um auf den Tasten zu drücken, abonnieren. Da guckt es euch an. Oh, Wahnsinn. Guckt es euch an. Wahnsinn. Also richtig klasse. Ja, wie gesagt, Support ist kein Mord. Drückt es auf den Abonnieren-Button. Auf die Glocke noch verpasst ihr wieder nichts Neues. Und danke, dass ihr mir so lieb die Stange hältst. Wunderbar. Wir werden schon noch an das Ziel rankommen, dass ich dann auch wieder euch live mitnehmen kann. Wie gesagt, ab 1000 Abonnenten kann man live senden bei YouTube. Und dann machen wir das auch. Es ist auch immer dann mit weniger Arbeit verbunden. Man muss die Videos nicht schneiden. Man muss, man hat einfach weniger Arbeit, weil dann drücke ich drauf, ihr seid live mit dabei, sieht genau das Geschehen. und dann drücke ich Ende und zack ist das in der Kiste und der Film ist oben. Mehr oder weniger. Die Live-Show, sagen wir es so. So, also ihr Lieben, in dem Sinne, wir haben schon wieder, ich sage ja, ich habe nicht einmal viel erzählt, einfach nur gezeigt euch. Mich nochmal recht herzlich bedankt. Und wir sind schon wieder bei 9 Minuten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war eine kurze Unterhaltung oder eine lange Unterhaltung, wie ihr es möchtet. Freut mich, dass ihr da geblieben seid, dass ihr auch mehr geworden seid. So, ich bin auch wieder da und Filme werden wieder folgen, ihr Lieben. Also, ihr Lieben. So, also ihr Lieben, nochmal zurück. Ihr Lieben Weislinge, jetzt hat er mich einfach rausgeschmissen. Muss ja nicht sein, so möchte ich mich auch nicht verabschieden. Hier nochmal die Kleinen. Hier. Na, jetzt blende ich es ein bisschen sehr. Ja, das wird nichts, glaube ich. Wir sind jetzt eigentlich hell genug. Man kann es sehen. Also, ihr habt ja die Nachkommen und ja, ich hoffe, sie gefallen euch. Ich habe gerade sehr, sehr viel Freude dran und ich halte euch natürlich bei denen auf dem Laufenden, wie sie sich entwickeln, wie prachtvoll sie werden und dann kann ich euch ja nochmal was zeigen. Guckt mal. Wir gehen mal eine Etage höher. Ja, da sind noch die ganz Kleinen. Also, ihr Lieben Weislinge, in dem Sinne, wem es gefallen hat, drückt es einfach aufs Knöpfchen, abonnieren, nicht vergessen. Freue ich mich auch. Support ist kein Mord. Und wie gesagt, euch kostet es drei Sekunden. Mir hilft es natürlich mehr und ich freue mich natürlich auch, wenn die Komitee größer wird und wir alle gemeinsam uns am Aquaristiker freuen. Ach, Mensch, der ist ja auch noch ganz klein. Süß. So, ihr Lieben. Also, macht es gut. Bis auf bald. Euer Aquarvels. Tschau. Bis haben wirели. Tschau. Tschau willbows hin. Temptar aus.